Das ist ein Blödsinn. Wo bin ich? Wow. Wie weit kann ich denn jetzt wieder laufen? Okay, es ist eh nicht so weit, Gott sei Dank. So, jetzt werden wir das anders machen. Ja, das weiß ich noch vom... Und von dumm klingen sind die zum töten, wenn ich nicht deutsch... Ich bin gerade am überlegen, wie ich da jetzt am besten... ...die umbringen werde. Ja, okay. So, perfekt. Schauen wir mal, wo die Leute sind, immer. Zwei Kills mit der Phantom Klinge, ihr seid lustig. Wenn ich nur mal einen dummen Schuss habe. Wenn ich wüsste, wo der... Den weiß ich, dass ich da drü... Warte mal, da hinten ist einer. So, ich will nur mal da herlaufen. Das ist den einen, den ich da gesehen habe. Was ist denn der weiß eingez... Also, das ist der eine Karsten. Da oben ist er. Schön, dich zu sehen, Assassine. Ja. Na, nicht er... Der weiß ich, Assassine. Wenn ist das... Geh da runter, geh da runter. So, da oben war einer. Ja. So. Das Zielen ist... Ich mag das Zielen mit dem Analog Stick nicht. Nein. Der will mich verarschen. Ich musste jetzt... Nein. Nein, geh da raus. Da war nämlich irgendwo... ein Sticker hinauf. So. Kletter mal hinauf. Scheiß von Dummklinge kann ich nicht benutzen. Schön, dich zu sehen, Assassine. Ja, genau. Bist wohl nicht so gescheit, wie du glaubst. So, wieso kann ich jetzt... Jetzt habe ich keine Persick-Klinge mehr. Ah, keine Phantom-Klinge. Ist der noch immer auf... ...merksam auf mich? Wieso geht die Distanz nicht? Wieso geht die Distanz nicht? Das geht sich nicht aus. Das ist ja beschissen. Das ist ja beschissen. Ja, super. Rauf da. Du schattelst mich nicht an. Nein. Dann scheiße ich auf den dummen Zwischending da. Scheiße. Ich halte lieber die Jeux de Rois. Lass deine Leiche wachsam bleiben. So, lass mich in Ruhe. Na... Ich will noch einmal hinauf gehen. Weil ich will den unbedingt plündern. Und ich muss den ja eliminieren auch. Aber zuerst plündern wir den ganzen. Du hast da unten nur eine Puppe hingesetzt, du Lustiger. So, und jetzt... Weg bist du. Und ich bin den Rang aufgeschicken auf Soldat. Meine Anhänger haben ihre Augen überall, mein Herr. Ich biete euch ihr Wissen zum Bude des Ordens. Welches Wissen könnte uns der Fürst der Gosse bieten? Die Entträgen von Ratten? Ihr dürft gehen. Die Entträgen von Ratten? Guck, guck. Wenn ich ihn nur töten könnte. Mein Meister würde das gerne arrangieren. Bruder. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner. Die Wehr von Richter. Danke, Dario, für die Info. Sein Tot aus der Sinne war. Großmeister. Gut. So, und den haben wir umgebracht. Perfekt. Aus dem Gebiet fliehen. Rangsoldat-Kills mit Phantomklinge. So, fallen lassen. Und einmal entkommen. So, habe ich jetzt noch Phantomklinge? Nein. Weil dann benutze ich halt das. Benutze ich eine Bersicker-Klinge. Nein. So. Kämpft jetzt gegeneinander. Kommt. Schlagt sich die Köpfe ein. Geh, das dauert mal zu lange. Ich kann überhaupt nichts sehen. Warte. Du entkommst nicht. Hey, jetzt haben wir mal 11.000. Da waren die 11.000. Ah, das sind die Credo-Punkte. Die weiß ich auch noch nicht, für was ich die genau einsetzen kann, beziehungsweise muss. So, ich brauche Phantomklingen. Rauchbomben voll. Was ist da für ein Ding? Ja, kann ich das löschen oder muss ich da irgendwas machen oder einfach nur rausgehen? Lösen die Fackeln. Ich habe noch immer keine Phantomklingen. So einfach geht das mit euch. Ah, das sind die Zugemachten, was ich habe. Ich hätte wahrscheinlich alle auch zumachen können. Und dann hätte ich das... Ah, ich sollte mich einmal heilen, wäre auch sinnvoll. Ah, da geht es nicht weiter. Das ist aber nicht gut. Wieso geht es nicht weiter? Gibt es da oben einen Durchgang? Ja. Da ist ich die Leiter. Nein, hupf rauf. Credo-Punkte kannst du unter anderem für Waffenverbesserungen ausgeben. Okay, das werden wir sich nachher, nach der Mission nochmal anschauen. Wahrscheinlich im Menü, oder? Direkt. Schätze ich einmal. So. Urgeil gemacht. Urcooler Buff. Urgeil. Ich habe alles eingestürzt und wir gehen raus. Keiner wird die jemals finden. So. Schauen wir jetzt einmal, was jetzt los ist. Ob die Mission jetzt schon aus ist, oder ob es noch weiter geht. Jetzt geht ein bisschen saufen. Sollten wir unbedingt jetzt nachher irgendwann die 80 Fr. abholen. Ah, ihr kommt gerade recht zum Beginn meiner Regentschaft. Regentschaft? Solange es einen Kurde Miracle gibt, gibt es auch einen Ratatoum. Und da die Stelle unbesetzt war, sprach ich ab. Und bemerkenswert schnell, die Leiche ist noch nicht mal kalt. Ich mag die Dinge etwas zu rasch in Gang gesetzt haben. Sagt, als ihr am Kurde Miracle eingetroffen seid. Habt ihr mich benutzt? Euer Ziel ist tot. Wir nutzen uns gegenseitig. Ein hübsches Reich habt ihr da geerbt. Allerdings, nicht wahr? Nun, ist alles im Lob? Sind die Toten gerettet? Die Seele besänftigt, etc.? Nun, wohl noch nicht ganz. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Intrige! Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt ihr etwas Gewalt und lüsternde Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Rundes? Eine handfeste Spur würde reichen. So jung. Und doch schon so ernst. Nun, ich wünsche euch viel Glück. Jo, danke, brauche ich nicht. Weil irgendwann, glaube ich, würde ich dich auch noch umbringen müssen. Das habt ihr euch doch bestimmt angesehen. Wo habt ihr das her? Einer meiner neuen Untertanen brachte es mir als ein Zeichen des Respekts, nehme ich an. Ein seltsames Stück. Ich kenne nur einen Silberschmied, der Metall so bearbeitet. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Ich kann nur vermuten, dass euch das bekannt ist. Warum habt ihr nichts gesagt? Wo stünde der Mensch, wenn er nie Fragen stellen müsste, wenn ihm alles, was er jemals wissen wollte, einfach gereicht werden würde? Er würde nicht mehr nachdenken und Fragen stellen. Oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht, ohne die Bürde der Ignoranz. Vielleicht. Der Name der Schmieds ist François-Thomas Germain. Ihr findet die Werkstatt nahe Lesartes. Habt dann. Ja, vielen Dank. Bonne Chance. Auch wenn ich es nicht wirklich... Boah, braucht man nicht. Ich hätte mir das auch selber herausfinden können, du Wappler. So, eins und drei von drei, perfekt. Und Kills mit der Phantom-Klinge, eine Herausforderung hat gefehlt, aber eben sonst alles abgeschlossen. So, jetzt werden wir mal ins Menü gehen und sich mal anschauen. Sie haben ein neues Andenken, da kann man die Andenken freigeschalten. Nicht das Menü, sondern das Menü, glaube ich. Ist da mit gemeint. Fortschrittsanzeige, Charakter anpassen. So. Ausrüstung, Waffen, Kleinhänder. Warte mal. Wir haben bis jetzt zur Zeit das Schwert hier. Wir könnten das verbessern. Oder Hack verbessern. Aber nein, es ist besser, wenn ich die Credo-Punkte ausgebe, weil da habe ich einfach viel mehr. Aber soll ich das überhaupt verbessern? Weil das nächste Schwert ist schon teuer. Obwohl, das könnte ich hacken. Die nächsten Schwerter. Weil die sind dann auch um... Ja, vielfach ist gleich besser. Ich hoffe, es ist ein Anus der Tempel. Die zwei sind im Endeffekt gleich stark und das könnte ich... Na, kann ich nicht hacken. Ey, es muss sich verbessern, die einmal. Ja, mache ich auf jeden Fall. Gerades Flachion. Okay. Pass, das ist jetzt um 25% verbessert. Verstehe. So, was gibt es jetzt noch? Irgendwelche Flinten. Bist du deppert? Gewehre. Eigentlich brauche ich das Zeug nicht, oder? Ich benutze es so selten, die Pistolen. Die sind mir zu teuer. Schwer. Was ist denn da das? Das tut deppert. Das sieht auch heftig aus. Was ist lang noch? Okay, irgendwelche Spie... Oh, ja. Aber ich glaube, ein Hände ist noch immer Ausstattung. So, dann werden wir mal schauen, was man sich da Besseres kaufen können vielleicht. Da wären wir nämlich auch dann besser. Schauen wir mal relativ weit runter. Okay, da haben wir keine Chance, das zu kaufen. 130. Da hätten wir gleich viel mehr Reichweite des Adlerauge als um 45. Dauer des Adlerauge verbessert, Gesundheit verbessert, Adleraugeabgängzeit. Okay, danke für den Tipp, für das, das Gewehre besser sind als, okay, Einheiten gespielt. Ja, ich weiß noch nicht, aber ich habe keine Ahnung, ich kann ja nicht das ganze Geld, ich habe so wenig Geld. Das sind fertige, komplette Ausrüstungen, oder wie? Eisene Maske. Oh, das ziehen wir an, die gefällt mir besser. So, Beine, man könnte da wirklich viel Geld investieren, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Geld bekomme. Das lasse ich jetzt mal. Boosts und Coop-Fähigkeiten, die, glaube ich, brauche ich auch. Oh, aktive Fäde. Achso, das ist hinunter zu, die sind alle noch gesperrt, okay, aktiver Boost. Premium, Null im Besitz, ja, vergiss es, die Boosts lassen wir auch. Gemeinsam spielen, meine Bruderschaft, sie haben keine Kontakte, okay. E-Shop, Datenbank, Uplay, bla 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 bla. Fortschrittsanzeige, wir haben 21 Missions, sind nicht so teuer und machen viel Schaden. Die fertigen Monturen bringen nichts in Sachen Verbesserung der Ausrüstung. Na, ich habe mir fast gedacht, dass ich ja nichts dabei gestanden habe. So, wir haben 14% komplett fertig vom Spiel, Einzelspieler Mission 21%, 11% von der Coop und so weiter und so fort. Sequenz 1 noch, achso, warte mal. Von der Sequenz 1 haben wir 62%, 100%? Okay. Ja, wurscht.